Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grotesque Tactics Evil Heroes. Und wir waren dabei, in die Höhle der Spinnen zu gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Dazu sprechen wir jetzt mal mit unserem Holy Avatar. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat das Gespräch mit dem Wirt verfolgt. Der steht gleich neben dir also, wird das mitgekriegt haben. Was haltet ihr von West? Endlich haben wir einen weiteren starken Krieger gefunden. Ich würde sagen, er ist sogar der stärkste von uns. Naja, gleich stark wie seine halbgöttliche Wenigkeit natürlich. Lediglich bei magischen Gegnern müssen wir aufpassen. Und macht ihn bloß nicht wütend. Das wäre für uns gar nicht gut. Bestimmt nicht. Ich glaube, sein Jezorn können wir kaum verhindern. Aber davonrennen, wenn sein Zorn ausbricht, das können wir bestimmt. So sehe ich das auch. Wir haben es tatsächlich den Dark Church gezeigt. Richtig. Seine halbgöttliche Wenigkeit hatte nie Zweifel, dass wir das packen. Das ist bestimmt nicht. Ich ehrlich gesagt schon. Aber jetzt glaube ich, wir haben wirklich eine reelle Chance. Ja, das ist immer positiv. Aber wie Morbio schon sagte, wir haben erst die Vorhut der Dark Church kennengelernt. Es wird noch härter werden. Das ist ein Miese, Peter. Lass uns zur Höhle gehen. Sind alle geheilt und ausgerüstet? Selbstverständlich. Ja, lass uns los. Endlich können wir auch mal Spinnen töten gehen. Ja, Klischee-Fan Nummer zwei, glaube ich. Nachratten. Ich könnte schwören, dass das die Kristallhöhle ist. Drake, es ist völlig natürlich, wenn sich Dungeons absolut ähneln. Das solltet ihr aus dem Leben als Abenteurer wissen. Selbstverständlich. Nun ja, mein Abenteuerleben beschränkte sich bislang auf das Abenteuer mit euch. Ja, das ist nun mal Zinnweiß. Ah, richtig. Das hatte seine halbgöttliche Wenigkeit ganz vergessen. Ich auch. So, dann wollen wir mal. Und ja, dann sehen wir schon erst den Spinnen. Oh nein, eklige Riesenspinnen. Iiiiiiii! Oh, Candy hat Angst vor Spinnen. War ja klar. Jo. Da kämpfen einige Ritter gegen Riesenspinnen. Lasst uns die halbgöttliche Quest lösen. Wo? Ihr meint dort an der Stelle, wo Sandy gerettet wurde? Ha! Also sind wir hier doch schon einmal gewesen. Wenn es die Kristallhöhle gewesen wäre. Wir sind jedoch in der Höhle der Kristalle. Das ist der Unterschied. Ja, man kann Drake irgendwo verstehen. Das würde ich nicht mal über den Blind Kick machen, aber naja. Ups. Ups. Das war doch mal kein Gegner für uns. Dann haben wir mal in unter einer Runde plattgemacht. Ach, die Ritter. Das sind doch jener. Nichts weh, ihr sind's. Das ist ja ekelhaft. Ach, der Amster. Das ist ja ekelhaft. Ach, meine Fresse, ey. Können die Spinnen nicht einfach die Ritter platt machen? Dann können wir wenigstens frei rumrennen wieder. Na nun, wir haben uns schon von der Spinnen angegriffen. Ach, die Ritter. Nein! Oh, jetzt ist Drake gleich fast am Ende dran, ne? So, verwunden, ganz wichtig Ah, Holi ist dran Da können wir gleich mal einen Furchtbringer machen Oh, das ist doch mal Style Und die Spinne ist deprimiert Ja, dann kommen noch furchtlose Truppen von Glory Ach mein, ich renne aber noch voll, da hat keiner drin Na ja, besuchen wir es mal unseren Feind da drüben Äh, Orangeneer, du bleibst dort erstmal West kann nicht bis vorlaufen, der kann nur bis dahin Boah, nee, ey Sollten wir jetzt nur, die kommen jetzt alle raus hierrand Na, schieß drauf Unser fetter Holi, der kann da Und strike Now, she's top Get off So, Angelina kann Drake mal heilen Bevor der Junge noch traurig wird Sandy kann da mal weg So, schießt sie mal auf die Spinne da Ach, strike hat keine Bewegungspunkte mehr, dadurch, dass er eingesponnen ist Ach, der kann sich überhaupt nicht bewegen Aha Nein, Hornig und St. Holy Der hält doch nix aus Immer feste drauf, da Die können das ab Na dann los, Ruckel Holy strike So, wieder der schicke Erkundenmodus und wir preschen jetzt einfach mal vor So, erstmal ein Blind Kick Kraftschuss Äh, Heal Brauchen wir den jetzt unbedingt Ach, geben wir mal Holi Na, West Ach, West kommt ein bisschen, das passt Na, schade, Blind Kick hat nix gebracht Egal Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen Bei der Macht von Glory Yeah Da bringt das jetzt uns im Moment nix Warum ist die Truhe leer, wenn das nicht die Höhle der Kristalle ist und nicht die Kristallhöhle Dann verlange ich da Loot Na toll Ist das Spinnchen was von uns? Ach, striken können wir nicht, da hat keine Mana mehr Aber wir können sie hauen Wie viel live haben die denn? 92 Verwunden Verwunden Erschießen So, einmal mit der Harfe noch Boah, Siemschauen So Sehr schön, der hat ne Bumerang-Axt Yeah, man Gott sei Dank haben wir verwunden, ob das Vieh drauf gemacht So, Erkundenmodus Oh, die Spinn hat was drinne Kommando zurück, Spinne looten Oh, ein Nietenmantel Ist der besser als unser Mantel? Wollte ich mal sagen Zwei Verteidigungen, zwei Angriff Ja, hat plus zwei Angriff Für unseren Depri-Track Eine neue Waffe, für den wäre nicht schlecht Ach, die Spinnen formieren sich Nö, die lassen wir rankommen Äh Du bist ein paar Zentimeter hinter Beziehungsweise, du gehst da hin Save Du bist da hinten gut positioniert Ruckel kann da stehen bleiben Holy Geht ein paar Schritte vor Sandy Ah ne, ist Angelina im Moment Save Save Und Die geht da hin So West Ach, West kann eben Holy Nein, lass mal die Spinnen ankommen Wo kommt die Die sind jetzt doch immer her Ist die in uns vorbeigerannt Wir haben es nicht gesehen Und Blind Kick Na dann Ruckel Mach mal einen Angriff Äh, Angelina Ich glaube, ich kann angreifen Ja, wenn es auch nicht viel ist So Sandy Sandy macht einen Kraftschuss Genau Der greift Ruckel an West greift das hier an Und 22 er kriegt Und Rody Tötet die Spinnen Damit sind alle wieder zufrieden Und Drake ist deprimiert Hier hatten wir unzählige Moskitos erschlagen Wenn es die Kristallhöhle gewesen wäre Genau Seine halbgöttliche Wenigkeit Sieht vor allem unzählige Riesenspinnen Spinnen Hier sind Spinnen Dort sind Spinnen Was ist denn hier los Muss irgendwo ein Nest sehen Blind Kick So, Candy kann da unten hin Ruckel geht mal da an Weil der Hodi ja Wartar mit Drake zusammen die Front hält Oh, habe ich euch eigentlich schon von meiner letzten Heldentat erzählt? Bla 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 Mh, hm hm hh Da immerhin schläft die Spinnen auch Jetzt wecken wir sie auf Äh, da können wir gar nichts machen Mit West können wir auch nichts machen So abwarten, was die Spinnen tun Ich mag die nicht Kann man die nicht einfach mit einem Heal aufwecken?